Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Es ist Dienstagabend 19.20 Uhr. Morgen früh um 8 Uhr kommt der Container. Das heißt, wir reißen uns gerade den Arsch hoch wie die Blöden. Der Umzug läuft. Ich habe ein bisschen Angst, ob der Unterkram nicht in den Container passt, aber... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der erste Morgen in Florida im neuen Shop und erstmal zum Strand und den Sonnenaufgang reinziehen. Der Kommandatorium genuinely Ist klar, dass wiribe ich. Wir находeln mal, wohin wir gehen müssen. 3. Advent an der Atlantikküste. Guckt euch mal das Meer an. Und gerade zeigen wir es noch, dass wir Glück haben mit dem Wetter und jetzt. Ich sehe, es ist nass, aber es ist sehr erfrischend. Ich hoffe es war interessant und wer mehr will, abonnieren. Subscribe und auch in Zukunft werden wir dabei sein. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020